Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Mittwoch und ich gehe gleich Tattoo machen. Ich habe schon mal angefangen hier auf diesem Arm und werde ihn heute weitermachen. Es gibt bestimmt noch mal eine Sitzung, aber dann noch ganz wenig. Heute wird alles schattiert und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.